So, jetzt kommen wir dazu. Es gibt ja nicht immer solche Sachen von vorne, sondern es gibt ja auch Menschen, die versuchen einen von hinten zu greifen, um einen dann böse den Arm umzudrehen. Jetzt, was können wir machen? Ja, wir machen es einfach vor. Gut, wir machen es einfach vor. Ey, warum nicht Quatsch? Ich kann nicht ziehen. Ich will. Weil jetzt nämlich mit seiner Handkraft, und jetzt wissen wir auch, was man für Hosen anzieht, nämlich nicht so ein Zeug wie ich, mit seiner Handkraft schon alleine verhindert, das ist der Achso. Das würde auch gehen. Genau, aber ein bisschen weiter, nicht so ähnlich. Ja, und dann hast du auch die Möglichkeit, wenn du eine hintere Tasche hast, geht das auch. Ich demonstriere das mal gegen. Noch mal links. Ja, schick mal einfach die Hand in die Tasche an. Einfach die Hand in die Sächtasche. Ja, mach mal. So, ist nicht doch gar nicht. Mensch, was ist geschwinkt nochmal an? Zieh doch nicht, Affe! Wie machst du denn das? Ja, ich hole meine Tasche fest. Ach, das ist ja die Tasche festhalten. Ja. So, wir wollen mal ein Portemonnaie klauen und dann... Ja, genau. Oder halt hier am Hosenbund... Ja, dann ist die Tasche ja auch ziemlich fest. Oh Mann, ich zieh doch mal. Wirklich, ein bisschen Kraft habe ich heute. Ja, dann mach doch mal richtig. Ich komme noch nicht gegen... Ja, mach ruhig, du kannst ruhig zu ja rumzahnen. Das ist ja... Ja, sehr schön. Super. Gut. Danke erstmal dafür und dann gucken wir weiter. Ja.